Wir haben da zu hochflattig gesagt. Karlsruhe Thomashof. Hier mache ich gern immer eine kleine Runde Naturschutzgebiet und ich mache daraus jetzt eine V.A. für den Buntbär. Draußen war ich ja jetzt längere Zeit auch bei schlechtem Wetter mit der Fahrradtour und jetzt mache ich eine Tour hier. Ich verlinke die mal unten über Komod und ich tue ein bisschen Müllsammeln dabei. Also, bis dann. Das Ende war schon mal her, ganz bestimmt. Weiter geht's. Ordentliche Ausbeute, aber so ein schöner Hochstammwald und da muss das Jöcke wirklich nicht in dem Wald rumliegen. Schau doch mal. Echt? Bäh. So viel Zeug. Noch nicht mal in einer Stunde gesammelt. Das ist der Thomas, nachdem der Thomashof hier benannt ist und hier steht sehr schön geschrieben. Grob und kraftvoll stellt sich der Mann den Menschen, von deren Gebaren er aber auch manchmal enttäuscht ist. Das hält ihn aber nicht ab, seinen strotzenden Kräfte für beide Seiten einzusetzen. Und heute haben wir nur in einer Stunde hier so viel Müll gesammelt, da ist man eigentlich ein bisschen enttäuscht. Das hält mich aber trotzdem nicht ab, hier sowas zu tun. Und ich hoffe, dass ein paar Menschen, die jetzt den Suchbegriff Thomashof eingeben oder Wanderweg-Thomashof weniger Müll verursachen. ... ... ... Vielen Dank.